Mein Name ist Manfred Tull, ich bin Geschäftsführer für die Nenatec GmbH. Ein neues Produkt, was für die Nagelmodellage ein sehr weites Spektrum eröffnen wird, weil es uns gelungen ist, ein professionelles Produkt so zu verändern, dass es in einem Stift verarbeitet werden kann, verlustfrei, ohne Aussährteschwierigkeiten. Man kann also den Stift vollkommen aufarbeiten. Die Modellagebeschichtung der Naturnägel ist also so in eine Leichtigkeit geworden, dass es für jede ungeübte Hand möglich ist, ideale Nägel zu haben. Das Besondere für den Global Art of Performary ist, dass man hier genau die Kontakte haben kann und findet, die man braucht, um im Geschäft wirklich zu expandieren, um die Größe des Marktes zu erforschen und zu sehen, in welcher Breite man selbst steht im Markt.